Strasser das Autohaus mit den Marken Audi, VW, Scoda, Coupa, Seat, VW, Nutzfahrzeuge sowie Gebrauchtwagen. Mit der Adresse Autohaus Strasser GmbH 6235 Reit im Altbachtal, Standort St. Gertraudi 80, direkt an der Bundesstraße. Hier könnt ihr die Fachleute für eure mögliche zukünftige Mobilität befragen. Lasst euch von unseren Team beraten. Euer persönliches Anliegen ist uns wichtig. Wir sind euer Partner im Bereich Service, Verkauf, Neujahreswagen und Gebrauchtwagen, Unfallschäden, Reifendienst, Mietwagen, Paragraph und vieles mehr rund um das Rad. Wir besogen dir dein Fahrzeug zugeschnitten und passgenau vom Firmenwagen bis zum Sportwagen. Wir haben die Kompetenz, Erfahrung und die Kontakte für eure Mobilität. Mehr könnt ihr auf www.aminostrasser.at erfahren. Der neue VW Golf Revit 45 TSI. Wir möchten euch auf Mobil TV 22 recht herzlich begrüßen und den Erfolgsnamen bei dem Produkt, das in Amerika ab 1975 der Verkaufsschlager wurde. Golf Revit. Jetzt legte man wieder eine Serie des letzten Modells auf und dies mit einer sehr attraktiven Sonderausstattung. Ein Golf mit 110 PS. Da denkt der Nostalgiker sofort an den ersten Golf GTI. Doch wir sind nicht in den 70er. Heute markiert dieser PS-Output als das Einstiegsmodell mit 3 Zylinder und einem Liter Hubra, das seit kurzem als Sondermodell Revit 45 erhältlich ist. Das Hässchen gab es als Österreich Spezifikum erstmals 1978. Attraktiv ist das Paket auch heute. Denn obwohl es sich um die billigste Ausstattungsversion handelt, wird dabei die bisherige Basismitgift live zum zahlreichen Futures erweitert. Wie etwa Rückfahrkamera, Lenkradheizung, 17 Zoll Alus, schlüssellosen Zugang, induktives Handyladen, abgedunkelte Frontscheiben sowie feine Sportkomfortsitze, inklusive Heizung, E-Verstellung samt Memory fahrerseitig. Und wie lebt es sich dazu mit der schwächsten Motorisierung? Hält man den Dreizylinder auf Drehzahl, geht es durchaus rasanter hin. Und das mit ansatzweise sportlichem, kernigem Klang. So flott wie der Ur-GTI beschleunigte aufgeladene 1 Liter Motor freilich nicht. Dafür läuft der Basis Golf trotz 50% Mehrgewicht, 200 kmh und braucht auch deutlich weniger Sprich. Der Revit ist als Einstiegsmodell zum Knallerpreis von 25,990.000 Euro erhältlich und sofort bestellbar. In einer kurzen Zeit lieferbar in verschiedenen Ausführungen, Zubehör, Applikationen. Wir testen das Einstiegsmodell mit 110 PS, 3 Zylinder, 999 cm³ und einem 6-Gang-Schaltgetriebe. Also ein Kompaktfahrzeug zu einem angemessenen Preis. Ihr könnt euch über dieses Fahrzeug informieren, besichtigen, Probefahren bei unserem geschulten Fachpersonal. Strasser, das Autohaus in Sankt Gertraudi, Einfahrt Höhe Zillertal. Diesen Bericht präsentiert euch Liqui Moly. Gut geschmiert in der gesamten Mobilität. Schmierstoffe, Motoröle, Getriebeöle, Hydrauliköle. Additive Vitamine für den Motor. Fahrzeugpflege für die Schönheit eurer Mobilität. Für Werkstätten, Reparaturen und Fahrzeugliebhaber. Vom Oldtimer bis Thuning Freund. Bestens geschmiert läuft gut und lang. Liqui Moly.